2.000 und 2.000 sind 4.000, klein viel macht auch nichts. Da hast du völlig recht. Ich bin mal gespannt. Eben waren wir schon bei 40.000 oben. Ich könnte mir vorstellen, dass du gleich in eine Situation kommst, wo sehr viele Menschen zucken, schreien werden hier im Studio. Bereite dich bitte drauf vor. Hier kommt der Jäger. So, Herr Jacobi, in ständig hoffe ich auf das letzte 1 gegen 1 Duell. Da steht da der Berg. Der Berg von einem Mann. Grüße Sie, Benjamin. Ja, das ist Musik. Warum fühle ich mich gerade an die Schöne und das Biest erinnert? Na, so schlimm sind sie nicht. Was bieten Sie denn nochmal, Herr Jacobi, zum Abschluss. Wir kommen mit 2.000. Für einen Berg von Mann mit dem Namen Benjamin. Na ja. Auf der unteren Stufe bin ich mal wieder etwas gnädiger als zuvor. Benjamin, 800 Euro würden Ihnen verbleiben. Ja. 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 Was machen wir jetzt oben? Er nimmt schon die Brille ab. Das ist schwierig. Ich glaube, es werden 50. Sie meinen, es werden 50. Ja, oder nochmal 40. Ich glaube nicht, dass es 50 werden. Ne? Ich glaube, es werden 60.000 Euro. Was denn da? Haben Sie gesehen, Herr Jacobi? Das ist unlauter. Das ist unlauter. Ich habe doch überhaupt nichts gedrückt. Hey, lass dich nicht beeinflussen. Sie müssen das selber entscheiden, aber ich glaube, Sie können es sich eigentlich nicht entgehen lassen. Nein, ich mache die 2.000. Das ist doch nicht dein Epphaus. Aber Sie müssen sagen, mehr konnte ich jetzt nicht tun, oder? Doch. Ja. Ich habe gesagt, wenn 100 steht, würde ich es machen. Soll ich nochmal nachfragen? Dann spielen wir um 2.000 Euro. Ja. Aber, äh... 100! Ich glaube, wir tun gerade alles, dass wir abgesetzt werden irgendwann. Wir sind in den letzten Wochen offensichtlich. Also, wenn in den sozialen Medien nochmal irgendjemand mir vorwerfen sollte, ich wäre nicht freigebig. Sensationell. Und das Schöne ist, was Herr Jacobi nicht weiß, er hat es aus eigener Tasche erwähnt gerade. Das ist ja sensationell. Das hatten wir noch nie übrigens, das ist ein Angebot. Du hast dir leider jetzt dein Ei gelegt. Ich habe mir ein Ei gelegt. Ja, ich weiß. Aber was für eins? Das Schlimme ist, wenn du es jetzt ausschlägst, musst du uns die Differenz bezahlen. Was? Wenn du richtig schlau bist, sagst du, ich sag, ich, Entschuldigung, ich meinte eine Million. Was sagst du? Hupen! 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 Nein, wir bleiben bei zwei. So, Schluss jetzt. 2.000 Euro. Das Ding wird dich ein Leben lang begleiten, Maria. Vor allem, weil Herr Jacobi zum ersten Mal in seinem Leben wird Herr Jacobi jetzt einfach alles falsch machen, damit du jetzt direkt durchläufst und hier unter Five-Konzert das Studio verlässt. Ja, das geht jetzt. So was wie einen Autopiloten, der statt mir spielen kann vielleicht jetzt? Nein, nein, nein. Wir spielen es ganz normal. Ach, das war herrlich gerade. Selten hatten wir, also noch nie hatten wir das. Ich habe so schön gelacht. Manchmal mag ich das. Ja, Guido Kanz kann jetzt rauskommen für Sie. Ja, das sind Sie, Guido Kanz. Ja, das ist ja wirklich schön mit Ihnen hier, aber diese Sendung braucht, glaube ich, eher eineinhalb Stunden Sendezeit. Ich glaube, wir haben es gerade auch verlängert bekommen, spätestens nach der 100.000-Diskussion. Darf ich dich kurz erinnern, ne, 2.000 also... ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Siehst du, ne? Ja. Vorsicht, nicht das Pult berühren, Herr Gonz. Ja, nein. Vielen Dank.